...damit sagen, dass du gewisse... Wissen Sie, ich hab da so eine Theorie, woher das bei mir kommen könnte. Also meine Mutter hat dauernd behauptet, dass sie mich gestillt hat, aber... Das ist eine recht vage Geschichte. Sie sollten ihre Brüste sehen, die sind total stramm. Lolli? Jetzt gibt es diesen Katalog von Lucky Strike Originals. Den können Sie hier kostenlos bestellen, aber ich bitte Sie, bestellen Sie den Katalog nicht. Da sind amerikanische Design-Klassiker drin. So ein schwerer Mixer, so ein sperriger Deckenventilator. Am schlimmsten ist der riesige amerikanische Kühlschrank. Bitte, rufen Sie jetzt nicht an. Bestellen Sie auf keinen Fall den Lucky Strike Originals Katalog. Pringles? Einmal gepoppt? Nie mehr gestoppt? Hey, jump up! Cool, Melonen. Hey, do you wanna kill your first? Cooler? Limo? Melanthropic. Das neue Punica Melanthropic erfrischt volle Kanone Melone. Das spült den Durst einfach weg. Neu, Punica Melanthropic erfrischt volle Kanone Melone. Sie ist neu. Sie ist verdammt angesagt. Und nur sie hat dieses Ex. Extended Dance Tracks mit den Maxi-Versionen von Chicane, Disco Citizens und Sequential One. Extended Dance Tracks von Edel. Bounty. Traumhaft exotisch. Mit Super-Hits und limitiertem F***er. Extended Dance Tracks. Radio Energy hören. Michael Jackson treffen. Und du kannst dabei sein. Was blöd auf dem D-Blo? Hi, this is Michael Jackson. I love you. Der King of Pop trifft sich mit Energy hören. Der Mythos haut nah an. Mit Radio Energy. Hier trifft man die Stars. Während der Schwangerschaft war um Jan alles so natürlich weich. Als er dann da war, gestaltete ich instinktiv sein kleines Reich auch so. An Windeln habe ich dabei nie gedacht. Aber schließlich sind sie 24 Stunden am Tag an seiner Haut. Deshalb liebe ich die neuen Pampers Premiums. Pampers Premiums haben jetzt das neue Soft-System. So ist die Windel innen und außen ganz weich. Außen ist sie weich wie Baumwolle. Und trotzdem wasserfest. Innen hat sie ein ganz weiches Stretchbündchen. Und mit dem Baby 3 Plus Kern bleibt die Haut schön trocken. Nichts ist sanfter zu meinem kleinen Jan. Außer mir. Die neuen Pampers Premiums mit Soft-System. Für die trockensten, zufriedensten Babys. Michael Jackson treffen. Mit Radio Energy. Hier trifft man die Stars. Heute bei Alle Zusammen. Dieser Mathis ist vielleicht schmierig. Woher weiß er, dass ich so viel Geld habe? Egal, er kann Eva eine Spenderniere besorgen. Legal ist das bestimmt nicht. Aber sie hat keine andere Chance. Alle Zusammen, jeder für sich. Die Soft mit den Ärzten. Heute 18.55 Uhr bei RTL 2. Hey! Das ist Jack Walsh. Hier bei der Schweinejagd. Sein Auftrag, fang den bösen Kautionsflüchtling. Du denkst, sie schafft es nicht. Habe ich recht? Und das, ähm, das ist Dummkopf Marvin. Auch er hat einen neuen Job. Von der Konkurrenz. Du möchtest, dass ich Jack aufhalte und den Kautionsflüchtling nicht zurückbringe? Und das alles auch noch in Oklahoma. Dort, wo nicht das Gesetz, sondern die Kalibergröße zählt. Seid ihr fertig? Nein. Wir laden nur nach. Midnight Run. Ein Kopfgeldjäger mit Herz. Freitag, 20.15 Uhr bei RTL 2. Ähm, hör zu, Rayanne. Ich weiß, dass du nicht mehr zu mir in die Sitzungen kommen willst. Ist das richtig? Ich musste dieses Psychozeug doch nur einen Monat machen. Von da an war es freiwillig, oder? Ja, natürlich, das weiß ich auch.